Ich erzähl euch heute mal ne Geschichte von nem Baum, der rumstand den ganzen Tag. Und wie ein Baum stand so rum, ich fragte mich, warum die Sonne knallte auf dich. Wieso los nicht auf mich, warum du stehst rund, warum du nervst mich, warum verpiss dich, warum geh weg, warum geh weg. Baum stand rum, ich fühlte mich dumm, auf einem Marsch, zum letzten Arsch, stand der Baum, die da da in der Kiekenbrung. Ich fragte mich verrückt, ich fragte mich, warum. Baum, hast du, freust du mir etwa? Naja, der Baum sagt jetzt so. Geh mir heute so. Oh, Baum. Oh, Baum. Oh, Baum. Oh, Baum. Steht du, Baum. Ich hab' auch gehofft. Ey, letztes hab' ich was gutes herausgefunden. Wenn man den Dinger so an die Lippen hält, dann kann man Blasen machen. Faro, geh mal da weg, Faro, geh mal da weg. Faro, in welchem Bild? Da, deine Kamera. Da, du Affe. Da ist deine Kamera. Da ist deine Kamera. Der Wurm. Da, du Affe. Da, du Affe. Vielen Dank.